Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Dr.Math Part Nummer 9, wenn ich rechne, sind wir. Wir werden heute nicht so lange aufnehmen, weil es, ich sag's mal, in Klamm und Schöneinheit gewassen spät ist und ich müde bin, kommt's drauf an. Ich denke, ich würde so'n 10 Minuten Part machen bis, oder so 12 Minuten Part, bis 5 ab halb und dann werde ich auch schon wieder offline gehen. Also, mal schauen. Ja. Wie weit wir heute? Kaum wären. Wir haben 3500 Facilities, können, glaube ich, direkt auf 3800 aufstocken. 3500 Facilities Menge. Menge. Ja. 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 Joaquin sucked. Ja. Ja. Das ist das ist das ist dasui. Ja. Ich bin ja ja. Ja. Ah. Ja. Ja. machen mit 2000 m pro Sekunde uns kommen uns noch ein paar von denen noch mal ein Halt noch ein Halt machen wir kommen beide das Maximum auch für sich selbst vor um ein Gott wir haben jedes Anzen abgült und jetzt gibt es auch wieder Fettbonus vor Gott geht das jetzt nach oben das hat gerade perfekt geklaut richtig schön richtig schön und wir können jetzt den Mond freischalten sports 50 Astro Cux warum eigentlich nicht wenn wir dann die 50 Milliarden Dollar haben auf jeden Fall dann kaufen wir uns noch mehr Master Dealer ist doch auch immer wieder richtig immer wieder schön Moment ich muss kurz was schauen ok ein Moment mein Handy ist gerade auf dem Boden geklatscht gut gut so Dealer pro Sekunde jetzt sind es bald 4000 sind das ist das ist das ist das ist das ist das ist ok noch ein paar trailer dazu erst bei zwei milliarden hat es funktioniert wir haben hier gerade zwei milliarden für die facilities ausgegeben für die arbeit in den facilities richtig vier prozent mehr als zwei millionen pro sekunde mehr mehr kann bis es 5.000 sind gut die produktion immer mehr plan wir mal mit dem maus 2 das so lange drauf bis wir aus mit dem gebot bisher bei max und meint es wird es machen können noch bis 107 nun perfekt so zu über die drei millionen pro sekunde knackt haben wir endlich mal die folge wieder nicht bei maxim bei den facilities machen jetzt können wir es das ist das 2,8 dann noch mal die den tausender voll machen hier bei den wohnwegen noch wie die da noch sind vor den haus bei max bei maximum bei max gut wir haben die drei millionen erreicht dann würde ich sagen dann war es das mit diesem kleinen part von dr meff ich würde mich bei eine positive bewertung äußerst freuen und dann sind wir uns beim nächsten video